Musik Hier sehen Sie die Schülerbücherei, in der man zweimal wöchentlich Bücher ausleihen, abgeben oder lesen kann. Diese sind in verschiedenen Kategorien erhältlich, wie zum Beispiel Roman, Sachbücher, Kinderbücher und Comics. Somit ist für jede alte Stufe etwas dabei. Musik Hier sehen Sie das Schülercafé, in dem jeden Tag gesunde Mahlzeiten von unserer Köln. Diese Einrichtung wird von Schülern und Lehrern gerne genutzt. Schülern und Lehrern gerne genutzt. Musik Musik